Happy Birthday, Satos Devagan. Happy Birthday, Deepanka Bala. Happy Birthday, Kaseb Ansari. Happy Birthday, Ewer Shipon. Happy Birthday, Simran Kumari. Happy Birthday, Slyful Islam. Und ich spiele heute mal wieder Free Fire. Ich weiß noch nicht genau was ich spiele, weil im BR Ranking komme ich nicht rein und ins CR Ranking komme ich nicht rein. Da steht immer ich soll über MOBA-Form weiter spielen. Genau. Wir geben ihnen ein Monster. Also dann, viel Spaß. Okay, ich spiele Großkopf. Da spielt man in einem Squat gegen, ich glaube, 5 andere Squats oder 4 andere Squats. Das werden wir gleich sehen auf der Minimap. Und Großkopf heißt halt. Für Kopf wird dann auch größer Landzeit. Also gegen 4 andere Squats die roten Punkte hier unten. Das sind die anderen Squats. Und wir starten hier unten. Erstmal hier ein paar Sachen einsammeln. Oh, in der Acker mag ich eigentlich nicht so. Da komme ich nicht so recht. Aber egal. Wir müssen also nach links. Wir müssen mal ausrüsten. Unser Team ist so weit weg, da ist es ein bisschen gemein. Da müssen wir jetzt erstmal hinlaufen. Ich glaube hier in der Halle waren welche. Wenn sie noch da sind. Da schießt einer. Okay, dann sind die da oben. Kann ich bei ihr auch. Geht es aus. Geht da. Geht da, Geht da. Geht das ein. Was ist das? Da hinten, der wollte auf den schießen. Von hinten! Okay, gut. Ich bin das erstmal da unten, man wird über alle paar Sekunden weiterbelebt. Dann wird man immer da gespawnt, wo dein Squad ist in der Nähe. Wo? Das gibt's doch nicht. Durch den Sturz wäre ich noch beinahe gestorben. Nein, bringt mich um. Weg! Danke! Hallo, die hier? Ah nee Okay. ok schnell verbinden dann schluss da fangst du nie an warte blieb 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 und da spring iiiiihum f*** blieb 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 se soo dann haben wir hier ein Scharfschützengewehr Ich bin doch schon mal weg. Was ist das aber noch? Ach Mensch, da läuft heute auch gar nichts hier. Was ist denn das noch heute? Kräfte dahin. Was ist denn das? Ja. Ich helfe mir! Ach, Mensch! Welchen Platz war mein letzter, oder? Das kann nur dein letzter Platz gewesen sein. Ich war der Beste aus unserem Team. Obwohl ich so oft gestorben bin, kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein! Wir waren 5 von 5! Ich hoffe, gleich wird die Runde besser. Die nächste Runde fängt an und ich hoffe, diesmal wird die Runde besser. Ich bin so oft gestorben und ich war das Schlechteste. Ich kann das immer noch nicht fassen. Wieder gleiche Stelle wie gerade. Ich brauche knarren! Ja. Hier wäre ich ja. Ja. Head there! Na ja, wir haben ja schon mal ein Gewehr hier. Da wollen wir nichts mitnehmen. Verstärkte Wall! Achso. Wird die Maus ein bisschen schneller. Jetzt gehts wieder. Noch ein paar Sachen einsammeln. Wenn ich was einsammeln kann. Das ist toll. Ich bin jetzt schon fleißig am Ballern. Da laufen die. Die. Ja, ja, ja. Kommt keiner her? Hilft mir nicht? Aufgehen. Da hinten, ein Scharfschutzengewehr. Hat mich gefehlt. Da hinten, ein Scharfschutzengewehr. Okay, ein Marsch bin wieder rum. Head there. I need glue wall. Ich bin ein Scharfschutzengewehr. Ich bin ein Scharfschutzengewehr. Nein! Dann ist mein Wasser ein bisschen besser. Mein Kopf ist ein bisschen größer geworden. Ach, das ist einer von mir. Scheiße. Ich kann meinen eigenen Kameraden erschießen. Grüne Sniper hier. Ah, erstmal die rote Einsamling. Nein! Okay, jetzt geht's los. Noch von mir. Da hinten nicht. Gegner gesichtet! Okay. Okay. Ah, ich hab gar keinen Munition mehr. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Ah, ich hab keinen Scharf. Ah, ich hab keinen Scharf. Okay. Ah, ich hab keinen Scharf. 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 Ah so. Ah, ich hab keinen Schatz in das. Ah. Ah, ich hab keinen Schro스. Oh, ich hab keinen Scharf! Zipper! ok also es läuft schon ein bisschen besser wegen gerade die Sonne, finde ich zumindest Ansichtssache keine Munition mehr immer noch keine Munition immer noch keine Munition wow, oh yeah, haben wir gewonnen? hmmm ich finde er beinahe den Haul auch ok und welchen Platz hatte ich? der schlechteste gleich ey, aber er hat weniger Schaden ok, die anderen meinen sie gut also ein Like an 3000 Damage und ein Like an den ersten mit 5000 Damage gut, wir haben gewonnen Nummer 1 vom 5 endlich so können wir doch immer wieder gerne enden gut, dann würde ich mal sagen das war's für heute Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen bis zum nächsten Mal viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao Bis zum nächsten Mal